Hallo, ihr wundervollen Menschen da draußen. Heute gibt es ein kurzes, knappes Video zum Thema Wie komme ich aus dieser Scheiße raus, in der ich gerade stecke? Inspiriert durch ein Kundengespräch heute, das war ein wundervolles Kundengespräch und die Dame wusste nicht, sie hat einfach nicht, wie heißt es, das Licht am Ende des Tunnels gesehen, nur schwarz gesehen. Und ich möchte dir heute einen Tipp mitgeben an die Hand, ein Tool aus unserer Coaching-Praxis, und zwar, wenn du tief in der Scheiße sitzt und du weißt nicht, wie du rauskommen kannst, und überall siehst du, dass die Türen zu sind und du denkst, es geht nur mir so. Eine Sache, und die musst du wirklich mal machen, ist, dein Unterbewusstsein zu fragen. Stell die Frage deinem Unterbewusstsein. Was kann ich aus dieser Situation lernen? Wie komme ich jetzt hier heile raus? Stell die Fragen, die einfach zu deinem Leben gerade passen, die Frage, die du hast, die dich belastet. Wie kann ich dieses Problem lösen? Kurz bevor du schlafen gehst, schreib es auf den Zettel, sprich das nochmal in Gedanken aus und schlafe ein. Wichtig ist aber, morgens, also in der Nacht wird dir die Lösung geschickt. Und die Lösung ist oft verpackt, verschlüsselt. Ich habe das ein paar Mal gemacht, das ist unglaublich spannend, was da alles rauskommt, weil unser Bewusstsein kennt die Antwort auf die Lösung. Und sie wird es dir auch geben. Problem ist nur, dass wir oft vergessen, was wir geträumt haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn du morgens beim Aufwachen bist, die Augen zuzulassen. Weil wir sind oft direkt schon im Alltag drin. Augen zulassen und die selber sagen Traumerinnerung, Erinnerung an den Traum. Und dann ruhig bleiben. Einfach nur ruhig bleiben und dann werden Bilder, einzelne Szenen langsam hochkommen. Immer entstiften und einen Zettel oder einen Block neben deinem Bett haben und dann direkt aufschreiben. Oft vergessen wir sehr, sehr viel. Schreib es dir auf. Am Anfang kann es sein, dass du sagst, das hat jetzt gar nichts mit meinem Problem zu tun. Aber wie gesagt, es wird oft auch verschlüsselt geschickt. Und wenn du dir das dann nochmal anschaust, die Szene, dann wird dir bewusst, aha, das hat was mit mir zu tun und das muss die Lösung sein. Okay? Mach das mehrere Male. Gerade am Anfang ist es so, dass wir oft vergessen, was wir geträumt haben. Deswegen mach das am besten jeden Abend, bis du dann das hast. Und die Lösung kommt auch nicht mal sofort schlüsselfertig, weil wir sind hier auf der Erde, um zu lernen. Ja? Es ist ein Spiel und wir lernen gerade. Und du wirst, vielleicht bekommst du die Lösung sofort auf dem Silbertablett serviert. Ich habe die Erfahrung gemacht, so ist es nicht. Ich bekomme es schrittweise, happenweise und kann dann, das ist total spannend, das ist wirklich wie so ein Spiel einfach, und kann dann happenweise schauen, ah, oft sind es Glaubenssätze, die ich dann zugeschickt bekomme. Ich bekomme dann eine Szene, wo ich auch oft mit selbst drin bin und auch andere Personen mit drin sind. Und dann sehe ich das, was ich für einen blockierenden Glaubenssatz habe. Und daraus schließe ich, deswegen mache ich gerade die Erfahrung, weil ich das und das glaube. Ich glaube, krass, ja, also arbeite ich an meinem Bewusstsein, an meinem Glaubenssatz. Und so habe ich es jetzt auch mit der Kundin gemacht. Wir schauen dann ins Informationsfeld, was hat sie da für eine Blockierung. Sie arbeitet aber auch nochmal mit ihren Träumen. Das heißt, wenn sie einschläft, sich selbst fragen, morgens aufschreiben die Träume. Und es ist total spannend, was da alles rauskommt. Also wenn du unbedingt wissen willst, was ist die Scheiße, die ich gerade durchlebe, warum und wie kann ich da raus, frag dein Unterbewusstsein. Schreib die Frage auf einen Zettel und stell dir die Frage auch nochmal im Kopf gedanklich, bevor du einschlafen gehst und beobachte morgens die Erinnerung an den Traum. Sei nicht enttäuscht, wenn du es vergisst, ja, wenn du aufstehst und komplett nichts mehr weißt. Mach das regelmäßig, bleib am Ball. Wenn du am Ball bleibst, dann werden die Erinnerungen auch hochkommen. Ganz wichtig, nicht reden, nicht die Augen aufmachen beim Aufwachen. Erstmal ruhig bleiben, ganz, ganz lang ruhig bleiben. Und dann kommen langsam, langsam, ploppen sie wie Seifenblasen nach oben, die Erinnerung. Und wenn du möchtest, dass wir gemeinsam miteinander arbeiten, dass wir zusammen schauen, was hast du denn da für eine Herausforderung gerade in deinem Leben, was sollst du daraus lernen, wie kannst du sie lösen, dann melde dich, unten ist ein Link. Dann können wir gerne gemeinsam mit der Quantenphysik in dein Informationsfeld schauen, wie wir deine Glaubenssätze finden, wie wir dein, ja, wie heißt das, es fällt mir das Wort nicht ein, deine Lernen, wie heißt das, das, was du gerade zu lernen hast, ja, deine Lektion, genau, was ist die Lektion, die ich gerade lernen darf, ja, was ist gerade das, was ich lernen darf, wo ich hinschauen darf, wo sind Glaubenssätze, die mich jetzt dazu geführt haben, dass ich dieses Problem habe. Weil frag dich immer, wenn du in einem Problem bist, ja, nicht, warum ist das Problem da, sondern, was strahle ich gerade aus, dass dieses Problem zu mir gekommen ist. Was strahle ich gerade aus, dass dieser Mensch in meinem Leben ist. Verstehst du, es hat immer was mit dir zu tun und wir können gemeinsam daran arbeiten oder du kannst auch gerne alleine arbeiten oder mit jemandem anders arbeiten, aber arbeite an dir, ganz wichtig, erst dann kannst du auch aus der Scheiße raus. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag, wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir unten, ich beantworte jede Frage sehr, sehr gerne, ihr könnt auch auf Instagram gucken, da habe ich ganz viele Insta-Stories zu diesen Themen. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.